Herzlich willkommen zum ersten Keyhelp Administrator Tutorial. Zunächst wollen wir uns der Frage widmen, was Keyhelp überhaupt ist bzw. was es leisten kann. Keyhelp ist eine Web-Oberfläche für die Verwaltung von Linux-Servern. In dieser ist es möglich, entsprechende Benutzeraccounts anzulegen, welchen dann Domains zugeordnet werden für eine entsprechende Webseite, gegebenenfalls auch mit Datenbanken und natürlich entsprechenden E-Mail-Konten. Keyhelp stellt den Benutzern des Weiteren auch eine Web-Oberfläche für den E-Mail-Zugang und eine Web-Oberfläche für die Datenbankverwaltung zur Verfügung. Hierbei wird auf Roundcube bzw. Rainloop bzw. phpMyAdmin zurückgegriffen. Auch ist es in Keyhelp möglich, entsprechende Cronjobs, d.h. geplante Aufgaben, anzulegen und über den DNS-Zonen-Editor ist es möglich, die DNS-Zone für die einzelnen Domains zu bearbeiten. Des Weiteren kümmert sich Keyhelp um das automatische Einspielen von sicherheitsrelevanten Updates. Hierbei werden entsprechende Status-Meldungen auch direkt in der Keyhelp-Oberfläche angezeigt. Diese Anzeige erfolgt im Dashboard, welches ich jetzt näher erläutern möchte. Das Dashboard begrüßt den Key-Administrator, nachdem er sich in Keyhelp angemeldet hat. Links neben dem Dashboard ist des Weiteren das Keyhelp-Hauptmenü zu sehen, in welchen, nach verschiedenen Kategorien sortiert, die Administrationsoptionen dargestellt werden. Die Administrationskategorien wären hierbei Allgemein, Domains, Einstellungen, Sicherheit, Systemstatus, Tools, Sonstiges und der Hilfebereich. Das Dashboard stellt ansonsten im linken oberen Bereich den Serverstatus dar. Hierbei ist z.B. die aktuelle Zeit auf dem Server, die Betriebszeit des Servers, d.h. die Zeit ohne Neustart, der Hostname, die zugewiesenen IP-Adressen und diverse Hardware-Parameter dargestellt. Auch die CPU-Auslastung ist hier direkt ersichtlich. Weiterhin angezeigt werden dort die Prozessanzahl, Anzahl der E-Mail in der E-Mail-Warteschlange und die Festplatten- und Arbeitsspeicherauslastung. Darunter finden sich noch technische Informationen über die Serverinstallation selbst, namentlich das Betriebssystem, der aktuell genutzte Kernel, die jeweilige Key-Help-Version mit einem Link zum Änderungsprotokoll, die genutzte Web-Server-Version sowie die Versionen von PHP, Datenbank-Server, FTP-Server, der Version von PHP-MyAdmin und der Version der gewählten Web-Mail-Oberfläche. Im rechten oberen Bereich findet sich ein Notizfeld, welches der Administrator für Serverinternen Notizen, z.B. zuletzt gemachte Änderungen oder angelegte Benutzer, vornehmen kann. Darunter aufgeschlüsselt sind die bereits vergebenen Ressourcen, d.h. die angelegten Benutzerkonten, Administratorkonten, angelegte Domains und Subdomains, E-Mail-Konten und Adressen sowie angelegte Datenbanken, FTP-Benutzer, geplante Aufgaben und der verbrauchte Festplattenspeicher sowie der verbrauchte Datentransfer, d.h. der Traffic. In der rechten unteren Ecke findet sich der Key-Help-News-Bereich. Hierbei werden durch unseren Key-Help-Entwickler entsprechende Ankündigungen zu Key-Help-Updates oder z.B. über vorhandene Aktualisierungsskripte für die einzelnen Ubuntu-Versionen, z.B. für den Wechsel von Ubuntu 16 auf Ubuntu 18 angekündigt. Im rechten oberen Bereich findet sich entsprechend ein Button mit dem aktuell eingeloggten Benutzernamen. Über diesen ist es möglich, auf das Profil zuzugreifen. Hier besteht entsprechend die Möglichkeit, die Key-Help-Sprache für diesen Benutzer zu ändern. Des Weiteren ist es hier möglich, die E-Mail-Adresse zu ändern bzw. überhaupt zu hinterlegen, welche für das Benutzerkonto zugeordnet ist. Überdies ist auch eine entsprechende Passwort-Rücksetzung möglich. Das aktuelle Passwort kann hier natürlich ebenfalls geändert werden. Dieses kann entweder selbst gewählt werden oder durch Key-Help entsprechend generiert werden. Im zweiten Tab der Seite, Sicherheit, ist es zudem möglich, eine Zwei-Faktor-Authentisierung zu aktivieren. Wird die Zwei-Faktor-Authentisierung aktiviert, so wird ein entsprechender QR-Code angezeigt, um die entsprechende Authentisierungs-App, zum Beispiel Aufi, LastPass-Authentificator oder Google-Authentificator einzurichten. In dieser Authentisierungs-App wird ein sechsstelliger Authentisierungs-Code angezeigt, welcher als zweiter Faktor für den Key-Help-Login gilt. Die Zwei-Faktor-Authentisierung soll entsprechend der Erhöhung der Sicherheit dienen, da das Handy vorhanden sein müssen, welche die Authentisierungs-App eingerichtet hat, sowie das Passwort bekannt sein muss. Nun noch eine kurze Ausführung zum Benutzer-Rollenkonzept in Key-Help. Key-Help unterscheidet hierbei zwischen den administrativen Benutzern. Standardmäßig angelegt wäre hier zunächst ein administrativer Benutzer namens Key-Admin, beziehungsweise der entsprechend bei der Installation von Key-Help gewählte Benutzername. Dieser Hauptadministrator kann dann zunächst weitere Administratoren einlegen. Administrative Konten sind hierbei nur für die Verwaltung von Key-Help internen Aufgaben gedacht und haben zu dem Linux-System selbst keine Login-Berechtigung. Zusätzlich zu den administrativen Benutzern können in Key-Help entsprechende Benutzer angelegt werden. Diesen Benutzern können dann Domains und entsprechende Web-Ressourcen zugewiesen werden. Nur diese normalen Benutzer haben auch einen entsprechenden Systembenutzer und sind damit im System selbst vorhanden. Ein entsprechendes Web-Posting beziehungsweise E-Mail-Konten werden immer dann direkt über den normalen Benutzer verwaltet. Der Key-Help-Administrator selber verwaltet keine Web-Ressourcen. Soweit zunächst zur Einführung in Key-Help. Ich bedanke mich für das Interesse an diesem Tutorial. Doku-Administrator. discernuminos du